Gunther ist vielleicht der gefährlichste Auftragskiller der ganzen Branche. Wenn man König sein will, muss man den König töten. Jeder kennt ihn. Gunther. 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 Wo ist Gunther? Ich bin genau hier. Seht, wer hier ist. Er ist der größte Auftragskiller aller Zeiten. Volltreffer. Ich werde derjenige sein, der Gunther getötet hat. Ich stelle ein unaufhaltsames Team zusammen. Lösch das einfach. Ich bin Donald Piznauski. Oder Boom Boom, das versuche ich zu etablieren. Boom macht das Dynamit. Mein Name ist Zanar Farosa. Meinen ersten Auftragsmord führte ich mit acht Jahren durch. Habt ihr den Schuss gesehen? Das ist meine Tochter. Mein Name ist Is, Isad. Ich zerdrücke Sachen. Und dann gibt es da noch unsere Geheimwaffe. Die verrückten Bella-Calla-Kopper-Zwillinge. Wir lieben es hier. Hey! Nein, nicht. Ich suche mal ein Fenster. Als ich herausgefunden habe, dass ein Haufen Killer versucht, mich umzubringen, wurde ich extrem sauer. Der Staat war ein wenig holprig. Ich will ihn jetzt erst recht töten. Bin ja. Das ist einfach eine Nummer zu groß für uns. FBI? Ja, ich würde gerne einen Auftragskiller melden. Er hat mich an das FBI verraten? Ja. Ich bringe diesen Kerl um. Du bringst diesen Kerl um. Schon wieder. Geben Sie mir die Bazooka, okay? Wir müssen sehr wachsam sein. Ich glaube, es ist vorbei. Die werde ich ausschalten. So viel steht fest. Los, töte mich! Töte mich! Töte mich! Töte mich! Töte mich!